Ja, und das werden wir heute so ein bisschen machen. Ich werde mir die neue Hängematte ein bisschen angucken, wie die sich so aufspannt und so weiter und so fort, welche Qualität das ist, ob die mein Gewicht überhaupt aushält. Dann kochen wir noch ein bisschen was zusammen. Ja, nur eine Kleinigkeit, jetzt nicht allzu aufwendig, aber schon was Leckeres, was ich mir gerne mal zwischendurch koche, wenn es schnell gehen soll. Ja, und ich werde noch ein bisschen was schnitzen, wollte ich auch noch mal. Vielleicht lagere ich das auch ein anderes Video aus, das werden wir dann sehen. Aber jetzt wandere ich erstmal ein bisschen los und suche mir ein Plätzchen. Kommt mit! Ja, es hat den ganzen Morgen geschneit. Ich freue mich riesig drüber, anscheinend. Und ich habe auch schon ein Bild auf Instagram gepostet. Ja, schneit es oder beziehungsweise ist jetzt immer Winter ab Mitte Februar, zumindest in Norddeutschland. Ich kenne aus einigen Videos und Fotos von euch, von Facebook-Gruppen, Instagram, YouTube und so weiter und so fort, dass natürlich in anderen Bereichen von Deutschland schon deutlich früher viel Schnee gelegen hat. Es hat ja auch schon mal hier vorher geschneit. Naja, so ist das. Und ich dachte mir, hey, es schneit. Du musst raus in die Natur. Ein bisschen ab und zu kommt mal so ein Schneematsch runter. Ich werde gleich meinen Tarp aufspannen. Und meine allererste Hängematte, die ich mir gekauft habe, die, die mir bei Facebook folgen, wissen, wovon ich rede. Es war ein kleiner Spontankauf und da gucken wir doch gleich mal, ob ich als totaler Anfänger das irgendwie hinkriege, die aufzuspannen und so weiter und so fort. Viel habe ich noch nicht gesehen. Mal hier und da ein Video über Hängematten. Aber jetzt nicht massig Input. Und ja, das werden wir heute machen. Ich werde noch ein bisschen was Kleines für euch kochen. Wir genießen zusammen die Natur. So, hier habe ich jetzt ein schönes Plätzchen gefunden. Ich werde jetzt an den zwei Bäumen hier einfach meinen Tarp erstmal aufspannen und dann spanne ich die Hängematte drunter. Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist. Wir werden es gleich sehen, aber ich lege erstmal los. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich die Hängematte ohne Tarp aufgespannt, weil es wieder besseres Wetter geworden. Und ich meine, zur Not kann ich es ja auch wieder drüber spannen, dann halt gleich. Ja, das ist die erste Hängematte, die ich jemals besessen habe und jemals selber aufgebaut habe. Das ist eine 25 Euro Decathlon-Spontankauf-Hängematte. Für zwei Personen, die große. Ein großer Mann braucht groß Platz. Und ja, ich weiß nicht, ob ich sie richtig aufgespannt habe. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Hängematte noch nie gemacht. Nur gesehen bis jetzt und mal gucken. Ich habe schon mal dringesessen und fand das Ganze gerade durchaus bequem und angenehm. Und sie hat mich ausgehalten. Also eigentlich super. Ja, bis jetzt bin ich zufrieden. Ja, ich fange dann gleich mal an zu kochen. Aber erstmal wollte ich noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar ein bisschen mal wieder draußen schnitzen. Ein kleines Gefäß machen, was zum Trinken. Und dann gucke ich mir erstmal noch ein bisschen Holz um. Und dann gucken wir mal, ob wir danach schon genug Hunger haben, um ordentlich zu kochen. Ja, ich habe mir jetzt ein Holzstück rausgesucht, an dem ich ein bisschen schnitzen will. Mein kleines Projekt ist es, mir mal wieder einen Becher zu machen. Ja, außer für den Mittelalterbereich und so weiter. Und während des Schnitzens können wir uns einfach ein bisschen unterhalten. Ich setze mich in die Hängematte. Ah, und dann kriegen wir die Zeit schon rum. Ich freue mich einfach, dass das Ding hier ist. Ich finde das geil irgendwie, weil ich meine, man kann es ja nicht nur hinlegen, sondern auch hinsetzen und so weiter. Und das Ding wiegt weniger als mein Klappstuhl, den ich sonst gerne mal mitschleppe, wenn ich es gemütlich haben will auf einer kleinen Buschcraft-Tour. Ja, mal gucken. Finde ich aber an sich geil. So, und jetzt schnacken wir erstmal eine Runde über zukünftige Projekte. So, ich hoffe, die Kamera ist richtig eingestellt. Sieht aber von hier auf dem Bildschirm so aus. Ja, ne? Okay, passt schon. Wie ihr sehen könnt, ich habe echt so eine Riesenhängematte. Ja, ich kann mich sogar hier so hinsetzen. Also richtig, als würde ich auf einer Couch sitzen. Das ist schon, das ist schon Luxus, ne? Also das ist schon deutlich geiler. Natürlich braucht man halt, das ist das Problem, immer Bäume in einem vernünftigen Abstand. Ja, also es ist nicht so wie mit einem Campingstuhl, den ich halt auf eine Wiese auch stellen könnte, ne? Das ist halt das andere. Ich habe allerdings auch schon von Hängematten gehört, die mit Trekkingstöcken funktionieren. Technik schreitet ja immer voran. Kann sein, weiß ich nicht. Und will ich mir das leisten, ist die andere Frage. Weil wenn man weiß, man wird eher vielleicht auf einer Wiese rumsitzen oder so, ja, ich weiß nicht, beim Camping, dann nimmt man halt anstatt einer Hängematte den Stuhl mit, ne? Also, ja. Aber so hier, für meine kleinen Buschgraf-Touren im Wald und so, ja, da ist das schon gut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht die 900 Gramm, die das Ding hier wiegt, auf die nächste Tour extra mitnehme. Also, ne? Normales Setup, das ich euch ja letztens erst gezeigt habe, mitnehme und dann nochmal die Hängematte, um einfach mal zu gucken, ja? Dann schleppe ich zwar die 900 Gramm mehr mit, aber, meine Güte, ne? Ist ja 900 Gramm mal mit mehr schleppen. Da muss man mal gucken, ob man woanders dran spart, ja? Weil ich will auf allerhöchstens 15 Kilo kommen, ja, selbst jetzt bei den Minustemperaturen draußen muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Als nächstes möchte ich dann den Heidschnuckenweg gehen. Da ist geplant, dass ich nächste Woche losgehe. Man kann vor allem so geil hin und her schaukeln die ganze Zeit. Wie in so einem alter Mann im Schaukelstuhl. Die Jugend immer mit ihrem neumodischen Kram. Wir haben noch richtig auf der Erde geschlafen. Ja, keine Ahnung, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, der Heidschnuckenweg ist ungefähr so lang wie der Westweg. Ich gehe einfach mal los und gucke, ob ich den dann am Stück mache oder nicht. Vielleicht sage ich auch nach drei Tagen, ne, ist mir zu kalt und zu nass. Ja, ich gehe den in Etappen oder nicht. Ich lasse mir das ein bisschen frei. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Was hatte ich noch gelesen? Genau, ich glaube, Siggi Pop hatte bei Facebook gepostet, dass sich irgendwie die Macher von der Outdoor-Messe in Friedrichshafen irgendwie ein bisschen gezofft haben anscheinend. Also es muss ja immer Zoff dahinter sein, wenn die sich so ein bisschen auseinander trennen. Also der Messeveranstalter in Friedrichshafen und die Europäische Kommission für die Planung von dieser Messe, die haben sich irgendwie auseinandergelebt oder sowas, sodass die übernächste, nicht die, die dieses Jahr ist, sondern die übernächste Messe dann in München anstatt in Friedrichshafen ist. Keine Ahnung, ich kenne da keine Hintergründe. Ja, dieses Jahr ist sie dann noch in Friedrichshafen. Und ja, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch eher ohne Kamera hingehen, also nicht groß Video machen, weil ich habe jetzt einmal drei Videos gemacht. Die wurden jetzt nicht übermäßig geklickt, aber haben sich schon einige Leute für interessiert. Aber irgendwie ist ja jede Messe immer ein bisschen gleich. Ich überlege, ob ich dann so ein Endmesse-Talk mache, wo ich so die Ausrüstungsinteressierten, die sich für Neuheiten interessieren, so ein bisschen mit Infos versorge. Einfach so ein Zukunftstalk, nennen wir es mal. Wo ich dann einfach sage, in die Richtung bewegen sich die Rucksäcke und in die Richtung bewegen sich neue Hängematten und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Aber so ein richtiger Vlog von der Messe, ich glaube, den will ich nicht nochmal machen. Ich muss mal gucken, das ist so die Tendenz, in die es geht. Aber ich möchte auf jeden Fall hin. Dieses Mal auch früher, sodass ich dann schon den Sonntag mitnehme, der letztes Mal der Haupttag war, wo ich leider nicht da war, was mich ein bisschen geärgert hat, weil so habe ich einige Kollegen verpasst. Aber ja, mal gucken. Vor allem habe ich so bei der Hängematte hier hinten die ganze Zeit so eine Nackenstütze, weil das Scheißding echt so groß ist, dass es auch für mich mehr als ausreichend ist. Es ist eigentlich als Zwei-Personen-Hängematte angegeben, wobei ich nicht weiß, warum man sich zu zweit in eine Hängematte reinlegen will. Da merke ich doch jeden Halbumdreher von zum Beispiel meiner Partnerin. Ich weiß nicht. Das Gute für alle Zwei-Personen-Angaben ist immer, ich weiß, wenn ich etwas nehme, wo zwei Personen draufsteht, dann ist es für mich groß genug. Weil das andere Ding, das war, glaube ich, nur 2,20 Meter lang. Und wenn ich darüber nachdenke, ich bin knapp 1,93 Meter. Mit Schuhen, wenn man sich mal reinlegt, dann nochmal 5 Zentimeter mehr oder so. Ich weiß nicht genau, das ist ja jetzt nicht ausgemessen. Und dann stößt man da schon sozusagen an die Grenzen. Das heißt, man braucht schon zu beiden Seiten hin, so wie ich mir das erzählen habe lassen, mindestens seine 15 Zentimeter. So zum Rechnen an den äußeren Enden. Naja, ich habe die größere genommen und ich bereue es nicht. Obwohl sie natürlich ein bisschen schwerer ist, so wie immer. Alles, was mehr Platz hat, ist auch schwerer. Riesen-Kängurus zum Beispiel, kennt man ja, deren Platzangaben sind immer deutlich höher. Die Kängurus-Industrie geht daran natürlich ein bisschen zugrunde. Weil alle wollen immer nur mehr Platz, aber alle wollen es nicht tragen. Das ist natürlich ein bisschen kritisch. Ach, schön. Richtig cool, Leute. So muss man das machen. Auch im Winter einfach rausgehen. Ich habe das in letzter Zeit viel zu selten gemacht, weil ich war doch nicht so gesund, wie ich es gedacht hatte. Das Harztreffen hat mich wohl wieder zurückgeworfen. Nicht, weil das irgendwie großartig anstrengend war, sondern weil sich mein Körper doch noch nicht so doll erholt hatte, wie ich es gehofft und dann gedacht hatte. Also ich lag die letzten zwei Wochen jetzt nicht flach, aber es war immer so, wenn es dann doch wieder ein bisschen anstrengender mit Schleppen oder so wurde, ich war dann trotzdem ein, zwei Mal draußen, habe ich das sehr doll gemerkt. Und jetzt sind bei mir gerade zwei Sachen in der Planung, die ich ständig aufschiebe, wegen diesem sich nicht richtig gut fühlen. Und jetzt geht es einigermaßen wieder. Deshalb möchte ich dann nächste Woche das vermutlich angehen mit dem Heidschnuckenweg. Schöner, langer Wanderweg in der Heide, Lüneburger Heide. Habe ich Bock drauf. Und ich plane auch noch die ganze Zeit ein Survival-Projekt. Das Problem ist, das will ich nur machen, wenn ich absolut gesund bin. Also wenn ich da morgens auch nur den kleinsten Huster habe, dann kann ich das nicht machen, weil ich mir sonst den Tod weghole, so ungefähr. Nervt mich. Ich bin unausgelastet. Ich merke das auch richtig, körperlich. Aber was soll ich machen? Ich muss halt darauf hören, was mein Körper sagt. Ich kann nicht einfach sagen, so und jetzt fahren wir in den Regenwald oder so und machen da eine 10-Tages-Tour, wenn ich die ganze Zeit am Husten bin und geschwächte Abwehrkräfte habe. Das ist halt leider so. Ja, wird kein Riesending, aber so ein kleines, so ein bisschen Wein trinken und so. Ist ja dann zum Medtrinken gedacht. Ich habe meiner Frau schon mal sowas gemacht, als kleines Weihnachtsgeschenk. Und habe es zwar eingeölt, um es zu schützen, aber man muss es trotzdem, wenn es jetzt nicht mega doll behandelt ist, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch einbrennen kann oder so, aber auf jeden Fall ein paar Schimmelweben. Nicht großflächige Pilze, sondern so kleine Schimmelweben dazwischen, so im Trinkglas. Nach, ich glaube, einem dritten Markt, weil man es hat nicht mit nach Hause genommen, sondern stehen haben lassen und dann nicht richtig ausgespült und so weiter und so fort. Das ist halt immer so ein bisschen das Dilemma mit Holz. Ist halt kein, wie sage ich, veredeltes Keramik oder was weiß ich, was man so alles zum Trinken nimmt. Kein Edelstahl logischerweise. Da muss man ein bisschen mehr drauf achten. Gönnen wir uns doch mal ein bisschen Geheimzutat. Wintergeheimzutat. Jetzt bräuchte man eigentlich noch so einen kleinen Seitenstisch, um den da hinzustellen und dann so Sachen draufstellen zu können. Das hätte was, oder? Gibt bestimmt auch. Ich meine, es gibt auch Kamerastative. Und dann sagt man, man nimmt so einen 60 cm, Ultra-Light, Carbon, irgendwas, wo dann oben eine kleine Platte drauf ist. Oder man nimmt so Komponenten dafür, wo man so einen Ast einfügen kann. Das wäre natürlich auch noch eine Sache, weil dann müsste man das Gewicht nicht immer mit rumschleppen und man könnte draußen in der Natur immer ein bisschen was basteln. Vielleicht kennt da ja einer von euch irgendwas oder kann mir da irgendwas empfehlen. Das interessiert mich schon. Natürlich wäre jetzt das Problem, wenn man jetzt, also wenn es jetzt wirklich regen würde, könnte ich ja so nicht filmen, habe ich gerade überlegt. Weil so wie ich das Tarp abspanne mit einem Dreieck, außer man spannt es so hoch ab, dass es erst hier anfängt. Das wäre aber selbst für mein hohes Abspann, was ich gerne mal mache, krass, weil ich spanne ja ungefähr so, dass das Tarp so hier anfängt so ab. Oder anspannt es schon ab, lässt aber so eine Seite offen, dass man so reingucken könnte. Ja, 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 ja. Überlegungen, ja, dass man möglichst ein schönes Bild hinkriegt und ich trotzdem die Natur genießen und mit euch quatschen kann. Ja, darum geht es ja. An dieser Stelle übrigens einmal ein herzliches Moin Moin an alle, die seit der letzten Buschcraft-Tour, die ich auf diesem Channel veröffentlicht habe, dazugekommen sind. Moin erst mal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Dich erwartet ungefähr immer das. Rausgehen in der Natur, mit der Natur. Wanderungen, Ausrüstung, Tipps und kleine Experimente hier und da. Ich habe mal Schussexperimente ein bisschen hier und da gemacht und möchte da mit dem Sommer auch wieder ein bisschen mehr machen. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, mit Bogen und so weiter. Ich habe auch ein Bogen-Video gemacht, wie man so als Buschcrafter hier draußen so ganz einfach ein bisschen mit dem Bogen schießen könnte. Ja, natürlich nur auf tote Bäume, wenn überhaupt. Und alles mögliche weitere. Einfach mal durchstöbern. Ich habe, glaube ich, mittlerweile habe ich 125 Videos veröffentlicht. An dieser Stelle muss ich einmal sagen, dass ich mich megamäßig freue, dass der Benjamin Klausner gerade wieder aktiv wird. Ja, ich habe das vermisst. Vor allen Dingen mit seinen Leidenschaften kochen, ja, Schnittsprojekte und alles Mögliche. Er ist ja sozusagen der größte deutsche, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, Natur-Buschcrafter sozusagen. Ja, es gibt ja immer Buschcraft. Manche sagen ja auch, ne, Buschcraft ist dieses und jenes. Aber ich sage mal, also mit Benjamin Klausner verbinde ich ein bisschen mehr naturnah als jetzt vielleicht ich das zum Beispiel immer mache. Also ich meine, ich nehme mir auch mal einen Klappstuhl mit oder sowas. Einfach Komfort wegen. Weil wenn ich auf eine kleine Buschcraft-Tour rausgehe, ja, jetzt nicht Fernwanderung mache oder sonst irgendwas in der Richtung, dann habe ich auch gerne mal ein bisschen Komfort einfach. Ich muss ja auch nicht den Komfort missen, nur weil ich die Natur draußen genießen und Ruhe haben will. Also, sich seinen Rücken entspannt anlehnen zu können, so wie jetzt gerade, oder in einem Klappstuhl, ist halt einfach ein Komfort-Luxus, den ich mir gerne gönne beim rausgehen. Und ja, deshalb freue ich mich, dass der Benjamin wieder da ist, weil der macht einfach immer klasse Top-Koch-Videos. Und auch gerne mal Schnitz-Videos und so richtig Buschcraft-Trapper-mäßig und all solche Geschichten. Da freue ich mich, dass er wieder aktiver ist. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Ich habe hier eine kleine Kerbe drin. Das ist nicht so gut. Das schränkt ein bisschen das Ding im Endeffekt ein, aber es soll ja sowieso nur so ein kleines Weinglas sozusagen werden. Met ist ja zum Beispiel Wein. Ist ja nichts anderes als in dem Sinne, wie wenn man Traube vergären lässt. So, ich würde sagen, dann fangen wir noch mal langsam an zu kochen, weil ein bisschen meldet sich der erste Hunger. So, was gibt es dann heute? Ich habe einmal meinen Trang hier mit, mit noch ein bisschen Extraspiritus. Und dann haben wir hier Schinken. Und zwar gibt es Schinken-Käsenudeln. Ganz einfach, schön deftig für draußen. Hier mit so ein paar Röhrchen-Nudeln. Ein bisschen Käse zum Anrühren. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Öl. Ein Spork. Aluminium-Geschirr. Ganz einfach. Kostet hier alles zusammen. Das Kochen-Set 20 Euro und die Nahrung vielleicht 3 Euro oder so. Aber Schmecken und das Erlebnis unbezahlbar. Das ist ja auch ein bisschen der Kostet. Das ist ja auch ein bisschen der Kostet. Das ist ja auch ein bisschen der Kostet. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich habe mein Essen fertig und das werde ich jetzt erst mal ein bisschen genießen. Ja, durchaus lecker. Jetzt nichts allzu besonderes. Ich merke schon, ich muss mal draußen wieder was richtig aufwendiges, geiles kochen. Und das haben wir auch letztens versucht. Wir waren extra auf einem halb öffentlichen Grillplatz, ja, ein bisschen außerhalb halt, sodass da keiner hinkam. Vor allem im Sommer nicht. Aber ich habe es um Verrecken nicht geschafft, bei minus 5 Grad mit totalem nassen Holz irgendwie nachhaltig ein großes Feuer anzumachen, um damit richtig groß kochen zu können. Ich hätte mir natürlich auch einen Trang hier mitnehmen können, aber ich wollte es halt mit dem großen machen. Deshalb habe ich kein Ersatzkochgerät dabei gehabt und so weiter und so fort. Naja, aber es ist in Planung und das nächste Mal wird es gemacht. Und dann schaffen wir das. Hier übrigens ein paar kurze Bilder von dem Platz, weil da war es echt schön. Da werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Das hat mir auf jeden Fall trotzdem dort ziemlich viel Spaß gemacht. Ja Leute, da hinten geht gerade die Sonne unter. Es wird langsam ein bisschen dunkel. Ich habe jetzt nach dem Essen noch ein bisschen, ja, einfach hier ausgeruht, entspannt, ja. Und ich würde sagen, mit dem Bild entlasse ich euch auch mal so langsam. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wenn dir dieses gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Abonnier mich, denn da verpasst du keine Bushcraft-Touren, Outdoor-Ausrüstungsvideos und Wandertouren mehr. Besonders die nächste Wandertour auf dem Heidschnuckenweg. Also, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.